Kapitel 2.1 Schirk in Rububia Polytheismus in der Herrschaft Diese Kategorie des Schirk bezieht sich entweder auf den Glauben, dass andere Allah in der Herrschaft über die Schöpfung ebenbürtig oder fast ebenbürtig seien, oder aber auf den Glauben, dass generell kein Herrscher über die Schöpfung existiert. Die meisten religiösen Systeme fallen unter den ersten Aspekt des Schirk in Rububia, während die Philosophen und ihre menschengemachten Philosophien dazu neigen, den zweiten Aspekt hervorzustreichen. Kapitel 2.1 Unterpunkt 1 Schirk durch Beigesellung Die Glaubensvorstellungen, die unter diese Unterkategorie fallen, sind diejenigen, die zwar einen zentralen Gott oder ein höchstes Wesen anerkennen, jedoch davon ausgehen, dass dieser seine Herrschaft mit kleineren Göttern, Geistern, Sterblichen, Himmelskörpern oder irdischen Objekten teilt. Solche Glaubenssysteme werden von Philosophen und Theologen üblicherweise entweder als monotheistisch, dies bedeutet, einen einzigen Gott anerkennend, oder als polytheistisch, dies bedeutet, an mehrere Götter glaubend eingestuft. Dem Islam zufolge sind aber all diese Systeme polytheistisch und lassen in verschiedenem Ausmaß die Degeneration göttlich offenbarter Religionssysteme erkennen, die ursprünglich alle auf Tawhid basierten. Im Hinduismus wird das höchste Wesen Brahman als allen innewohnend, alldurchdringend, unveränderlich und ewig, als das abstrakte, unpersönliche Absolute verstanden, von dem der Ursprung und das Ende aller Dinge ausgeht. Demzufolge ist der Gott Brahma der personifizierte Schöpfer des Universums, der aber eine Dreieinigkeit mit dem Schutzgott Vishnu und dem Zerstörergott Shiva bildet. Daher drückt sich im Hinduismus Shirk in Rububiya durch die Übertragung der schöpferischen, destruktiven und beschützenden Kräfte Gottes auf andere Götter aus. Die christliche Lehre besagt, dass sich der eine Gott in drei Personen zeigt, dem Vater, dem Sohn, Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Diese drei Personen werden jedoch trotzdem als eine Einheit gesehen. Sie alle sind Teil eines Wesens. Der Prophet Jesus wurde zur Gottheit erhoben. Er sitzt zur rechten Hand Gottes und richtet über die Welt. Der Heilige Geist, dem in der hebräischen Bibel die Rolle als Mittel Gottes zur Ausübung seiner schöpferischen Kraft zugedacht wird, ist in der christlichen Vorstellung zu einem Teil des Hauptgottes geworden. Paulus formte aus dem Heiligen Geist das andere Ich des Christus. Eine Leitung und Hilfe für die Christen, der sich zum 1. Mai am Pfingstfest offenbarte. Folglich ist im christlichen Glauben der Schirk in Rububia darin zu erkennen, dass Jesus und der Heilige Geist als Partner Gottes in all seiner Herrschaft gesehen werden. Auch der Glaube an das alleinige Richten durch Jesus auf dieser Welt und an die Hilfe und Leitung der Christen durch den Heiligen Geist ist als Schirk in dieser Kategorie zu werten. Die Zarathustrier, also die Anhänger einer alten persischen Religion, sehen in Ahura Mazda ihren Gott. Er sei der Schöpfer von allem Guten und er allein ist letztendlich der Anbetung wert. Das Feuer ist eines der sieben Schöpfungen des Ahura Mazda und wird als sein Sohn oder Vertreter betrachtet. Aber auch die Zarathustrier begehen Schirk in Rububia, indem sie das Böse, die Gewalt und den Tod als Schöpfung eines anderen Gottes namens Angra Mainyu begreifen. Diesen stellen sie mit dem Symbol der Dunkelheit dar. Damit teilt diesen Menschen zufolge Gott seine Souveränität über die ganze Schöpfung, das heißt seine Rububia, mit einem bösen Geist, der auf die Ebene eines Gegengottes erhoben wurde, da der Mensch sich Gott mit angeblich bösen Eigenschaften nicht vorstellen konnte. In der Religion der Yoruba in Westafrika, hauptsächlich Nigeria, mit einer Anhängerzahl von über 10 Millionen Menschen, gibt es einen höchsten Gott namens Olorius, Herr der Himmel oder Olodumare. Trotzdem wird die moderne Yoruba-Religion wegen einer Vielzahl von Gottesvorstellungen eindeutig als polytheistisch eingestuft. Folglich begehen die Yoruba-Anhänger Schirk in Rububia. Indem sie alle göttlichen Funktionen an kleinere Götter und Geister übergeben. Die Sulus in Südafrika glauben an einen Gott mit dem Namen Unkolunkulu, was der Erste und am meisten Verehrte bedeutet. Die gläufigsten Titel für Gott sind Nkosi-Jafesulu, Herr der Himmel, und Nvelinkanki, der als Erster Erscheinende. Sie stellen sich ihr höchstes Wesen also männlich vor, das zusammen mit der weiblichen Erde die Menschheit hervorbrachte. Donner und Blitz sind in der Sulu-Religion Handlungen Gottes, wohingegen Krankheiten und andere Sorgen im Leben von den Vorfahren, den Idlozi oder Aparwanzi, jene unter der Erde verursacht werden. Die Vorfahren beschützen auch die Lebenden, bitten um Nahrungsmittel, mögen Rituale und Opfer, bestrafen Nachlässigkeiten und besetzen die Körper der Hellseher. Deswegen findet man in der Sulu-Religion Shirk in Robobiya nicht nur in ihrer Idee von der Schöpfung der Menschheit, sondern auch darin, dass sie das Gute und das Böse im menschlichen Leben dem Einfluss der Geister und Ahnen zuschreiben, die es angeblich verursachen. Unter manchen Muslimen zeigt sich Shirk in Robobiya in ihrem Glauben daran, dass die Geister von Heiligen und anderen rechtschaffenden Menschen die Angelegenheiten dieser Welt sogar nach ihrem Tod beeinflussen könnten. Sie glauben, dass ihre Geister unsere Bedürfnisse erfüllen, Schaden abwenden und Hilfe gewähren können, wenn man sie herbeiruft. Diese Grabesanbeter weisen somit menschlichen Geistern die göttliche Fähigkeit zu, Ereignisse in diesem Leben zu verursachen, obwohl in Wirklichkeit nur Allah sie verursachen kann. Unter Sufis, den muslimischen Mystikern, ist auch der Glaube an die Rijal al-Rayb allgemein verbreitet, deren höchster Rang, der des Qutub ist, von dem aus die Angelegenheiten dieser Welt gelenkt werden sollen. Kapitel 2.1 Unterpunkt 2 Schirk durch Leugnung Diese Unterkategorie beschreibt die verschiedenen Philosophien und Ideologien, welche die Existenz Allahs entweder explizit oder implizit leugnen. Manche behaupten dabei die Nicht-Existenz Gottes, also der Atheismus, während andere zwar seine Existenz bestätigen, aber Gott derart begreifen, dass in Wirklichkeit seine Existenz doch noch geleugnet wird, also Pantheismus. Nur in wenigen alten Religionen ist der Gedanke Gottes überhaupt nicht zu finden. Das bekannteste dieser religiösen Systeme wird Gautama Buddha zugeschrieben. Der Buddhismus, als reformistische Bewegung gegen das Kastensystem im Hinduismus entstanden, wurde im 6. Jahrhundert vor Christus zur selben Zeit wie der Jainismus begründet. Im 3. Jahrhundert vor Christus wurde der Buddhismus Staatsreligion. Schließlich wurde der Buddhismus dem Hinduismus angepasst und Buddha selbst wurde zu den Avatars, Inkarnationen Gottes, gezählt. Diese Religion verschwand aus Indien, wurde aber dafür vorherrschend in China und in anderen fernöstlichen Ländern. Der Hinayana-Buddhismus, die frühere und weit strengere der beiden Interpretationen des Buddhismus, welche nach dem Tod Gautama Buddhas entstand, besagt eindeutig, dass es keinen Gott gibt. Die Last der Erlösung wird von jedem einzelnen Menschen persönlich übernommen. Infolgedessen kann man diesen Zweig des Buddhismus als ein Beispiel des Shirk in Robobiya heranführen, indem die Existenz Gottes explizit verneint wird. Ebenso wenig gibt es einen Gott in den Lehren des durch Vardamana begründeten Jainismus. Stattdessen ist die Rede von zur Befreiung gelangten Seelen, die in manchen Dingen gottähnliche Stufen wie Unsterblichkeit und Allwissenheit erlangen können. In den religiösen Gemeinschaften werden diese wie Götter behandelt, indem ihnen Tempel erbaut und ihre Abbilder verehrt werden. Ein weiteres Beispiel ist der Pharao zur Zeit des Propheten Moses. Allah erwähnt im Koran, dass dieser Pharao die Existenz Allahs ablehnte. Zugleich wird berichtet, dass er Moses und dem ägyptischen Volk gegenüber behauptete, der wahre Herr der gesamten Schöpfung zu sein. Allah zitiert den Pharao, wie er zu Moses sagte, Wenn du einen anderen Gott als mich annimmst, ganz bestimmt mache ich dich zu einem der Gefangenen. Surah As-Shura, Vers 29 Zu den Leuten sagte er Ich bin euer höchster Herr. Surah An-Nasi'at, Vers 24 Im 19. und 20. Jahrhundert versuchten einige europäische Philosophen, die Nicht-Existenz Gottes zu beweisen. Diese Idee wurde auch als Gott ist Tod Philosophie bekannt. Der deutsche Philosoph Philipp Meinländer, der von 1841 bis 1876 lebte, schrieb in seiner bekannten Schrift Philosophie der Erlösung, dass die Welt mit dem Tod Gottes beginnt. Er begründete diese These damit, dass Gott ein Symbol der Einheit ist, das durch die Pluralität der Welt zerstört worden sei und dass er zugleich ein Symbol der Freude darstellt. Welches durch das Gesetz des Leidens, ein Gesetz, das auf der ganzen Welt herrsche, verneint werde. In Deutschland unterstützte Friedrich Nietzsche, der von 1844 bis 1900 lebte, die Idee vom Tod Gottes dadurch, dass er behauptete, Gott wäre nichts anderes als eine Projektion des schlechten Gewissens und der Mensch sei demzufolge eine Brücke zum Übermenschen. Im 20. Jahrhundert verfolgte der französische Philosoph Jean-Paul Sartre diese Idee. Ihm zufolge kann Gott nicht existieren, da er sonst ein Widerspruch in sich wäre. Die Idee Gottes ist seiner Meinung nach eine Projektion, die der Mensch benötigt, um das zu sein, was er ist. Die Äußerung Darwins, gestorben 1882, dass der Mensch nicht mehr als ein weiterentwickelter Affe sei, wurde weitestgehend in die Theorien der Sozialwissenschaft und der Philosophie des 19. Jahrhunderts eingebettet, da man mit ihr eine wissenschaftliche Basis für die Nicht-Existenz Gottes zu haben glaubte. Ihrer Ansicht nach entwickelte sich der Monotheismus aus dem Animismus, einhergehend mit der Unterstellung einer sozialen Evolution des Menschen vom unabhängigen Individuum hin zum Zusammenschluss zu einer Nation und der physischen Evolution vom Affen zum Menschen. Solche Denker versuchen vor der Frage nach der Schöpfung zu fliehen, indem sie diese schlicht ableugnen und die Eigenschaften Allahs, ohne Anfang und ohne Ende zu sein, auf die erschaffene Materie übertragen. Auch die Anhänger von Karl Marx und seinem wissenschaftlichen Sozialismus und Kommunismus sind dieser Meinung. Sie behaupten, dass alles Existierende seinen Ursprung in sich bewegender, verändernder Materie habe. Ferner behaupten sie, Gott sei eine Einbildung der menschlichen Fantasie, die von der herrschenden Klasse ins Leben gerufen wurde, um ihre verderbte Herrschaft zu rechtfertigen und die Aufmerksamkeit der unterdrückten Massen von der Realität ihres Lebens abzulenken. Ein Beispiel für diese Form des Schirk unter den Muslimen sind viele Sufis, wie zum Beispiel Muhyiddin ibn Arabi. Dieser sagte, dass nur Allah existiere, also alles sei Allah und Allah sei alles. Solche Menschen leugnen die von seiner Schöpfung getrennte Existenz Allahs und verneinen damit in Wirklichkeit seine Existenz. Derselben Idee hing auch der holländisch-jüdische Philosoph Baruch Spinoza an, der behauptete, dass Gott die Gesamtheit des Universums mitsamt den Menschen darstelle. Amen.